Leute, heute entscheidet sich's, ob ich bei Ninja Warrior angenommen bin oder nicht. Das da war vor 5 Monaten und ich wurde tatsächlich angenommen. Seit 2 Jahren trainiere ich für Ninja Warrior, weil ich die Show einfach liebe. Die Dreharbeiten waren schon und jetzt wird das Ganze endlich in wenigen Tagen ausgestrahlt. Ob ich wirklich lange im Fernsehen zu sehen sein werde, kann ich nicht sagen. Aber ich werde zu sehen sein.